I'm really excited to be here in Vienna and to meet this very big audience tonight and I'm of course very excited to see how they will respond to all this new information. Wir erwarten heute auch wieder ein volles Haus und ich bin überzeugt, dass uns das auch wieder gelingen wird und wir freuen uns auch schon über ganz, ganz viele weitere Veranstaltungen. Es war mal wieder eine ganz tolle Veranstaltung von Biogena mit hochkarätigen Referenten und ein absolutes Top-Thema. Microbiom ist ein heißes Thema. Wir sind weit davon entfernt zu wissen, was es alles leisten kann. Aber das, was wir wissen, ist sehr beeindruckend und verändert unsere derzeitige Vorstellungswelt radikal. Es waren in Summe über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und das macht natürlich Spaß, dass wir so viel Wissen von der Forschung in die Praxis rüber transportieren können. Mal wieder genial. Unglaublich viele Facetten, die am Ende des Tages einen jeden von uns betreffen. Genau darauf kommt es an. Mal wiederacam. halvaarem halva��